Äh, ja, jetzt einfach durch. Äh, was ist das denn jetzt schon wieder? Oh! Schieß... Was? Da hat er mich jetzt nach unten geschossen. Ey, ich glaub's nicht. Was für ein Scheißlevel, ich hasse einfach Delikon. Nur wegen ihm, weil er ja so scheiße ist. Mich trifft da gar kein Schuld, ja. Das war alles eher so. Nein! Ey, das gibt's doch jetzt nicht. Ah. Oh, Alter, der hätte mich fast wieder runtergehauen. So. Ich weiß nicht, ob hier ein Geheimweg war. Ich glaube, wenn ich nach unten jetzt schieße. Ich das Risiko ein. Mh, nein. Naja, egal, ich hab jetzt... Was ist denn das für ein Geräusch? Boah, was ist hier alles? Alter, ich hasse es, wenn es so stark ist. Na toll. Na ganz toll, ey. Sieht ja sehr vielversprechend aus. Oh, Donkey Kong, du bist so ein Pisser. Ich weiß nicht, ob ich nach unten schießen soll. Ne, lass ich lieber. So, gerade. Nach unten, endlich. So. Das ist schwer. Ja! Oh, scheiße, ey. Warte mal. Oh, nee. Wie soll ich das schaffen? Ja. War klar. Das ist doch unmöglich. Gut, ich versuch's jetzt einmal bei der Biene runter. Bevor ich wieder sterbe und habe ich wenigstens Gewissheit. Oh. War das der Geheimweg? Nö, glaub nicht. Wenn ich's auch rüberschaffen sollt. Scheiße. Nein, das war nicht der Geheimweg. Hätte ich mir auch denken können. Das wäre zu einfach gewesen. Ich glaube, unten könnte er sein. Jetzt hier. Oh, scheiße, doch nicht so! Mist. Oh, warum haut er den denn nach unten? Okay, egal. Jetzt mache ich ohne den Geheimweg da irgendwie zu suchen. Ich werde jetzt einfach nur hier durchkommen. Aber das ist sauschwer. will er mich verarschen? Wirklich, es leckt teilweise schon, also es ist sowas von schwer hier. Weil es wackelt nur. Ich kann's aber durch durch mein Programm etwas ausgleichen. Nur so ist es leider blöd. Und wir haben wieder zwei Leben. Gut, ich glaube, ich weiß eigentlich, wo der Geheimweg war. Wenn ich's jetzt mal nach unten schaffe. Und zwar hier. Ja, ist er! Geil! Geil! Oh, endlich! Ich hab ihn gefunden. Oh, geil, wie viele Bananen! Jetzt bin ich wieder glücklich. Wunschlos glücklich. Ach, geht doch. Geheimweg entdeckt. Jetzt sind wir auch beim Schneefassgletscher. Oh, das ist geil. Das ist so eine Kristallhöhle, glaube ich. Ne, Schwarzwaldtour, meine ich. Oh, ja! Ach, das weckt Erinnerung. Erinnerung an die damalige Zeit. Als es noch keine PS3 gab. Egal. PS3 ist trotzdem geil. Nur mal so an der Stelle gesagt. Äh, was soll denn die Scheiße? Okay, nach Banane. Jetzt. Das kommt nach K. Warte mal so. Nach K. Scheiße, das schaffe ich nicht. Ja. Das kommt nach O. Okay. Jetzt. Ja. Das kommt nach N. Okay, jetzt versuche ich es. Jawohl! Und raus kommt der Nikolaus. Nein, Luftballon. Der gibt uns wieder ein Leben. Ja. Das Leben ist sowas von wichtig. Ich habe wieder vier. Oh, stirb, stirb. Ich glaube, hier irgendwo waren noch. Nein, war es nicht. Egal, das Kabel will ich nicht haben. Hä, ich wollte eigentlich springen. Ach, egal. Einfach weitergehen. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Nichts gegen Fetter, aber Naja, er spielt scheiße und ist scheiße, ne? Alter, ich übe das jetzt nochmal Der muss doch einfach mal abspringen, der springt einfach nicht ab Doch jetzt Ja, Dedekon kann das, ne? Donkey, 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 was soll los hier werden? So, ich lasse jetzt den runterkommen und So Siehste, Donkey Kong, so macht man das Äh, naja, doch nicht Na, teilweise, ja Also sagen wir jetzt hier nicht so frech Scheiß, Donkey Kong, zu Dedekon Oh nein, ah doch Da oben sind Bananen, brauche ich allerdings erstmal nicht Ich gehe jetzt hier runter Das sieht aus Oh nein, nicht das schon wieder Und tschüss Lustig Ich glaube, das geht jetzt nach unten Oh nein So knapp vorm Rand, wirklich so knapp Und dann rutscht er noch runter Und Donkey Kong, wie dumm er ist Springt auch noch hinterher Na ja Da sieht man mal, wie stark die Gruppengemeinschaft ist Und das K sogar eingesammelt Uhu Ich hasse diesen Ameisenbär hier So Spring Und spree Ey, der springt nicht Ey, wieso geht denn das nicht? Entweder ist hier irgendeine Taste eingerosselt Oder Warte ich Nein Ach, ihr blöden Affen Macht doch, was ihr wollt Ist mir jetzt auch egal So Ich denke mal, ich sammle jetzt die Bananen oben ein Denn ich brauche wieder ein Leben So, den lassen wir hier wieder runterholen Tschüss So So Jetzt Da hole ich wahrscheinlich wieder zu weit gleich Ach, scheiße Er geht nach oben Nein Oh Mann Mist Dammit Da ist er wieder Und tschüss Oh, er kommt zurück So, gleich haben wir ihn ab Genau Noch nicht jetzt Och nö Oh Mann Ich sag immer dieses gleiche Wort Weil Diese alle so schlecht sind Na gut Ich bin jetzt eh tot Ja War klar Wenn ich ihn noch rein habe Bin ich einfach unter Druck Ein Leben noch Na ganz toll Woher Ich habe ihn noch yang Vielen Dank.